Joa, schlack mal zusammen, willkommen zurück zu GTA 5. Oh, ich wollte dir noch was zeigen, egal. Das machen wir gleich. Oh, Oma. Oh, Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. What did you tell him about me, about Martin Madraso? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath, who tried to kill me, exactly. But some people they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our death was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know and when he flies by, shoot him down and get the fire. What, when he flies by? What the fuck? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! What do you think I'm talking about with people here? Alright. You grab a vehicle. Something versatile. I'll handle the gun. Alright. Gut. Dann darf ich wohl zur Waffe fahren. Oh, nein. Nicht dagegen. Achso. Deswegen ist da nicht eingestiegenes Seinwagen. Hups. Oh, wir haben ein Headset. Cool. So, was ich euch gerade zeigen wollte, war folgendes. Wenn ich jetzt nach unten drücke. Ach, scheiße. Oh, jetzt sieht man das nicht mehr. Warum sieht man das denn nicht mehr? Egal. Ich erwähne es gar nicht. Ich zeige es euch einfach, wenn ich jetzt nochmal sehen sollte. Warte mal. Ich nehme mal den Wagen. Bleib doch mal stehen. Ah, cool. Das ist ja geil. Also einfach die ganze Zeit dreieckspam. Wenn einer vorbeifährt, dann bleiben die Automate stehen. Das ist cool. Drei Kilometer bis zum Ziel. Oh. Kann ich kein Taxi nehmen? Warte mal. So, wen kann ich denn anrufen? Oh, bring mir ein Taxi. Ja. Oh. Der war nicht cool. Warte, ich will... Ja. Ey. Haha. Stimmt. Stimmt. Warte, ich will... für ihn. Wir müssen nicht arbeiten für jemanden, aber ich lege dich, Mann, laut und klar. Was bist du? All das Aztec-Stuff. Das kleine kleine Artefacts. Was? Die kleine Fertilität. Was? Die kleine Fertilität. Der Mann hat Probleme. Tenden es ab. Wir werden 2, 3 Millionen auf diesen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wo bleibt das Taxi? Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist manchmal... Das kommt manchmal einfach nicht. Das parkt bestimmt auch mal auf dem Hügel oder so. Ach, da ist er doch. Braucht einfach Zeit. Ach, tipptopp. Gut, dann fahr mich mal zum Ziel. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Oh, ja. Ja, guck mal. Nur 32 Dollar. Ma. Was, da steht jemand. Das kostet mehr, wenn du... Äh, sofort da sein willst. Ich hab da da gerade geskippt. Hinten viele... Ah, guck mal, ich hab sogar recht. Wie geht das? Soll ich einfach einsteigen, oder wat? Sollte man vielleicht erstmal hinten zu machen. Hä? Okay, bewege das Gewehr mit R. Alter, was ist das denn für ein krasses Ding? Ah, da hinten. Lol. There it is. I'll pass downtown. The jets moving. Gotta give a lead. Ach so. Richtig geile Mission. Die mag ich. Boah, Alter. Soll ich das denn treffen? Ach so. Gar nicht genau treffen, sondern nur ungefähr. Who can say? What the fuck? Folg dem Flugzeug und hol dir das Paket. Geil. Ah. Das ist jetzt nicht unbedingt so klug. Wow. Alter, ich fliege hier gleich sowas von auf Fresse. Nein. Dein Ernst? Oh, Trevor, wie schnell stirbst du denn? Ja, aber ich schätze mal, ich steige direkt wieder bei Trevor ein. Hoffe ich zumindest. Ja. Oh, wie doof, ey. Kann ich die Fähigkeit... Nee, die Fähigkeit kann ich auch nicht hier drauf aktivieren. Woo. Wow. Wow. Okay, okay. Geh mal hier lang. Boah, ein Wunder, dass ich da jetzt so nicht verrikt bin. Ich brauche nicht mein Mikro, äh, mein Mikro, meine Kamera darauf richten. Das sieht man auch so, wo das ist. Alter. Oh. Hahaha, das Geräusch. Hat witzig geklungen. Als wenn der kotzen würde. Ey, Trevor. Oh, Trevor. Ja, der Teil ist wahrscheinlich explodiert. Achso. Nee, doch nicht. Sogar nicht gelandet. Okay. Ja, komm. Das schneide ich jetzt nicht. Das will ich euch... Ich will es jetzt zeigen. Ich darf vielleicht nicht durchgehen auf Gas drücken. Mach's einfach mal ein bisschen langsamer. Dann könnt ihr hier ganz langsam runterfahren. Ganz leicht auf Gas drücken. Ich drück gerade gar nicht auf Gas. Das ist alles der Berg. Die Kraft des Berges. Oh, hier ist schön. Hier ist richtig schön. Jetzt am besten in den roten Bus rein. Woo. Ja. Ach, guck mal. Hier hätte ich langfahren sollen. Nein, ich will nicht durch den Tunnel. Oh, 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 oh. Oh, ja, geil. Ich war aber nicht schnell. Gross. Oh, 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 oh. Oh, Trevor. Scheiße, scheiße, scheiße. Zwei Seelen an Bord ist mir doch egal. Jetzt mach. Ja, da hinten irgendwo. Ich sehe schon. Boah, ist das weit weg. Alter. Ich muss mich beeilen. Boah, krass, Mann. Das fliegt ja bis nach Afghanistan. Boah. Würde ich lieber mit Franklin machen. Ich verstehe auch nicht, warum man den hier nicht kriegt. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich hab's. Boah. Echt? Ich will da drunter sein, wenn es landet. Das wär cool. Ey, wenn ich das schaff, ne? Das wär voll cool. Aber ich denke nicht, dass es geht. Komm, dreh dich nochmal. Oh, oh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Ah, spring doch einfach raus. Oh, hätte böse enden können. Oh, oh. Boah. Oh, das war knapp. Oh. So langsam fühle ich mich ein bisschen von dem Flugzeug verarscht. Ah, da ist unser Status oder ihr Status. Bitte Gott hilf uns. Das ist nicht dein Ernst. Toll, jetzt haben wir den Abschluss verpasst. Ich denke, der lebt noch. Ich komme, ich komme. Ganz langsam, ganz langsam. Hier nochmal ein bisschen die Farm zerstören. Ist das nicht herrlich? Schaltet er, es war so klar. So, eine Explosion hast du hinter dich gebracht. Können wir direkt die zweite hinterherjagen. Gehe in das Flugzeug. Ah, hier. Der Pilot ist auf jeden Fall tot. Warum schnallt er sich auch nicht an? Als ob man sich da drin nicht anschnallen könnte. Oh, jetzt switchen wir wahrscheinlich. Finde ich jedenfalls cooler. Ja, oder die Mission ist ab... Ne, okay, wir switchen. Ab zu Michael. Verlasse das Gebiet. Okay. Ich war hier nie. Ich riskiere einfach mal was. Yay! Geht's jetzt? Ne, okay. Und... Ui! Zerstören den Transporter. Okay. Da habe ich doch eine schöne Stelle gefunden. Ach, mit... Benzin auch noch. Ich führe es einmal drumherum. Ich kann ein Herz drum machen. Ah, der Tank ist sowieso jetzt gleich leer. Warte mal. Ich gehe mal ein bisschen weg. Dann kann ich das von Weitem zünden. Geht eigentlich auch so von Weitem. Wow! Wäre fast schiefgegangen. Hä? Ah, komm mit mir am Arsch. Ah! Hat geklappt. Äh... Oder auch nicht? Ja, lol! Hey, wie hätte ich das denn drüber gießen können? Na, egal. Ah! Oder so. Na gut. Trotzdem nochmal eine Granate hingeworfen. Einfach, weil ich es kann. Packen wir lieber mal die Waffe weg. Ab zu Martins Haus. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen wir im nächsten Part. Findet, wenn ihr den hier bewerten könntet. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Tschüss! Uuuh! Wir seht eigentlich um ja aus. Aber das ist Twitter- Ayá!